Im herzigen Cham, gerade beim Bahnhof Steinhausen-Rigiblick, erwartet euch den Schweizer Onlineshop werleit.ch. Mit umweltfreundlicher Brillegrasproduktion und einer grossen Auswahl an Korrektur und Sonnenbrille. Werleit setzt sich zum Ziel, mit weniger Abfall eine neue Generation von Brillegras zu produzieren. Ich durfte den spannenden Prozess von Ort begleiten. Kurz gesagt, das Glas wie auch die Maschinen werden in-house produziert. Es wird auch fleissig an neuen Maschinen und Arbeitsabläufen getüftet. Die Revolution von Werleit zeigt sich in der neuen Art von Brillegrasproduktion. Das Glas wird nämlich gerade passend gegossen und nicht wie bis dahin einfach nur abgeschliffen auf die richtige Masse. Der Computer, der das Brillegras geüsst, arbeitet mit den ausgemessenen Werten des Optikers und innerhalb von einem Tag ist das Brillegras fertig produziert, inklusive aller Beschichtungen. Das Färben von Brillenglässern ist sogar noch Handarbeit bei der Firma Werleit. Hast du auch schon immer wissen, wie das Glas in die Brille kommt? Zuerst misst ein Computer automatisch den Umfang der Brille in den Masse. Die Werte werden im Netzwerk direkt am nächsten Computer geschickt und der bestimmt dann den Mittelpunkt des Brillegras. Das Ganze wird fixiert und in einem automatischen Schleifprozess werden die Daten der Brille jetzt dazu verwendet, das Brillegras in die richtige Grösse zu schleifen. Eine Sache von nicht einmal eine Minute. Nachher wird noch ein bisschen geputzt und schon wird das Glas in die Brille geklickt. Als kleines Goodie fürs Zuhören darf ich euch jetzt noch zwei solle Brille verlosen. Mehr Infos dazu auf mona.ch.